Es ist lange her, dass wir unsere Konfis gesehen haben und deshalb haben Quinten und ich uns überlegt, dass wir zu ihm nach Hause fahren und ihm Care-Pakete bringen. Hier drin sind kleine Kreuze mit dem guten Hürden drauf oder der Friedenskaube, um etwas zu essen und was Gutes für den Körper, so wie was jeder braucht, Wachmacher, Mischmasch. Also werden Quinten und ich jetzt losfahren und mal schauen, wem wir alles zu Hause antreffen. Wir sehen uns! Wir sehen uns! So, mitten aus dem Leben, live dabei, wir haben jetzt endlich unsere erste Konfirmandin angetroffen, Vanessa. Wir, das sind immer noch Quinten, der coole, danzende Straßenpastor und ich. Wir sitzen hier im Bus. Vanessa hat sich... Und wenn wir jetzt ankommen, ist unser Auto wahrscheinlich abgeschleppt, obwohl es ja Gemeindebus ist. Das passt schon. Na, 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 na. Na, 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 na. Wenn es solche Tore gibt vor dem Haus, dann ist es ein Anwesen. Hallo, ich filme. Du musst dann den Ton rausschneiden, wobei ja auch nichts Falsches ist. Gerade heute müssen wir feststellen, dass wir beide schwache Blasen haben. Kann das sein? Wir müssen alle fünf Minuten eine Kirche anfahren, um auf Toilette gehen zu können. Genau, gut. Elf Minuten nach neun, dann kann es auch sein mit der Blase. So, wie ihr jetzt erkennen könnt, an dem Kamerabild, es ist dunkel geworden. Wir suchen hinter Suttberg und sind hier gelandet. Ich denke... So, es ist jetzt acht Minuten vor zehn. Wie ihr seht, sind wir hier wo unterwegs, Herr Fahrer? In Kronenberg irgendwo. Würde ich wohl sagen, eine relativ akkurate Beschreibung von wo wir sind. Wir haben mal wieder... Heute ist blauer Himmel. Andere Zeit, gleicher Ort, gleiche Typen. Wir werden jetzt noch die restlichen drei Konfis aufsuchen. So, jetzt sind wir kurz vor Hamburg angekommen, um den letzten Konfi ausfindig zu machen. Kurz vor Hamburg. Wie lange sind wir schon unterwegs heute? Oh. Du bist im Bild. Hey. Wir sind tatsächlich durch und in Kronenberg gelandet. Geht es mir alles gut, dann machst du mir Mut. Danke, Annika. Da. Gute. Gute. Gute.